Also unser Viertel ist toll und wir haben eine sehr hohe Mischung an Nationalitäten und das wäre auch annehmenswert, wenn das in anderen Vierteln so praktiziert werden würde, dass so Sachen wie unser neuer Bundespräsident, der Herr Wulff, da vorschlägt mit Brückenbauen und das wäre dann schon eine Sache, die auf alle Schultern dann viel besser funktionieren würde. Genial. Spitze.